So, Franz ist mal wieder nicht da und ich zeige euch einfach mal was er immer verpasst und was ich euch eigentlich so zeigen kann auf meinem Kanal. Also haben wir den zweiten, den ich heute sehe mittlerweile, aber in weiß, den E63 6x6. Und wie ihr sehen wer, ist das hier belagert von dummen Leuten, die einem immer vor die Kamera laufen. Also, LaFerrari in weiß mit schwarzen Felgen und nochmal LaFerrari in Rot mit schwarzen Felgen. Das ist der Dubai Mode. Ich zeige euch nur mal die drei jetzt hier. Weil sowas sieht man in Deutschland nicht so oft, oder ich sage mal niemals zusammen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen rum, dann zeige ich euch eine andere Folge. Weiter geht's, haben wir einen Wolfsburg Rape. Warten wir mal vorbei. Der ist hier so normal wie ein GTI bei euch in Deutschland. Geiler gelber Aventador. Dann haben wir ein Ghost, R8 Roadster. Schauen wir mal die Station ein bisschen an. Guck mal wie viele Leute hier da sind. Unglaublich. So, weiter geht's. So, wie seht, die Sendung geht unter. Da haben wir einen Bentley GT, normalen G63 und bei den Teilen, da muss man echt aufpassen, weil viele haben die alten G55, holen sich die Stoßstangen und, ja, halt so ein Bodykit, um wie ein G63 auszusehen und dann bauen sie den halt so um, weil sich die den 55er nicht leisten können. Finde ich ein bisschen bescheuert, aber okay. Das ist, naja. Ich stecke in M. So, und hier kommen wir mal wieder. Ja, ist aber normal, ist ein Freitag, ne? Bucati Veyron. Bisschen Chrom und ein G63. Weiter geht's. Jetzt sind wir in der Parkgarage vom Adress Hotel und haben wir eins, zwei, drei Rolls Royce, vier, fünf, einen McLaren MP4 12C. Was haben wir gesagt? Fünf Rolls Royce. Sechs, sieben, acht Rolls Royce. In einer Garage. Ich sag euch Leute, ihr verpasst was, wenn ihr das nicht anguckt. Ja, ihr könnt auf meinem Kanal alles finden. Die Dinger nehme ich immer auf und Franz, tut mir leid, dass du heute nicht da bist. Alles. Ich sag euch, das ist gut. Musik So, haben wir noch einen vergessen, das ist Nummer 9, wir kommen von da hinten, das ist Nummer 9. Also Leute, wenn euch das sowas gefällt, dann einfach unten abonnieren und schaut bei mir auf dem Kanal auch mit rein, sowas ist halt extrem geil, sowas seht ihr in Deutschland echt nicht. Also ich werde echt langsam müde, das ist Nummer 10 und dann sind noch zwei andere da, also ich lauf weiter und ich find immer mehr. So, Nummer 11 und daneben haben wir noch einen Bentley, Musan und ich hab noch einen zwölften gefunden. So jetzt aber, das ist Nummer 12, ich hab keine Lust mehr, ich glaub ich werde bestimmt noch 300 mehr, wenn ich weiter suche, aber das war klar, also abonniert bei uns unten, bei Franz und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.